Junge, ich treffe den nicht, ne? Das ist ein klärenden... Ja, komm, ja, da muss ich halt auf ihn schießen. Was willst du machen, wenn der Ausdauer nicht reicht? Ah, jetzt bin ich auch noch geflogen. Das war natürlich... Das hat natürlich dem ganzen Degrona aufgesetzt. Ah, da haben wir einen wilderer Schütze. Okay. Gut. Ich mache erstmal die Rukis alle weg und dann... Jetzt fliegen wir rein und dann kannst du den Schützen weg. Weg grillen vielleicht. Oh, muss nachladen. Okay, dann grünen wir. Und dann ist er weg. Ja, du kannst nichts, Digga. Du bist... Du bist raus aus der Verlosung. So, dann sammeln wir gerade das Azarox ein. Da hinten läuft eine Eule rum. Azarox, Azarox, ist ja auch egal. Oh, da ist noch ein Lugmun. Ich glaube, die sind auch ein bisschen angesäuert, weil ich ihren Kollegen eingesammelt habe. Aber das geht dann mit euch auch gleich weiter. So, da braucht ihr euch keine Hoffnung daran. Oh, der ist wieder rausgekommen. Den darf ich aber nicht nochmal angerillen. Wenn ich den nochmal angerille, ist wahrscheinlich eher schlecht. Na ja, jetzt bleibt da drin. Dann haben wir da meinen vierten und meinen fünften und dann passt das. So, zeige mal. Was ist denn jetzt hier? Da ist eine Kiste. Das ist hervorragend. Da liegt ein Ei. Das ist auch ganz fantastisch. Warum bin ich denn jetzt schon wieder von meinem Vogel abgestiegen? Hier, gehen wir mal da oben gucken, was hier so Phase ist. Na, glänzt Eisen. Denke ich. Hier haben wir noch so einen Vogel. Na ja. Die würde ich gerne mitnehmen, wenn es geht. Prima. Ja, es ist ganz schön dunkel da an der Stelle. Es ist überhaupt dunkel. Das wird für euch schwieriger sein, wie für mich, denke ich. Ihr werdet wahrscheinlich weniger sehen. Aber das kann ich jetzt gerade nicht so richtig ändern. Aber es wird ja bestimmt auch gleich wieder hell. Oh, hier haben wir da einen Surfend drin. Da sind Grenadiere. Okay. Ja, da reicht wieder die Ausdauer nicht. Und dann stürzt er direkt auch noch wieder ab. Gut, wir warten mal hier. Da haben wir einen Flammenwerfer und zwei Grenadiere und drei Grenadiere. Und das sind eigentlich alles nur Grenadiere. Das ist ja interessant. Wo wollten ihr hin? Bleibt doch da stehen. Mensch. Obwohl er den ersten nicht mehr erledigt. Der zweite hat es auch gleich hinaus. Wo ist denn der Rest hin? Lauft denn ihr rum? Ach, da. Da. Da macht was rum. Weiß ich jetzt aber nicht. Sehe ich nicht. Naja, komm. Ich jetzt hier. Ich lande jetzt hier. Mann, hol mir den einfach da raus. Das wird ja wohl schon passen. Ah, da ist noch ein Grenadier. Gut, ich habe den Surfend aber gerettet. Das ist ja das, was entscheidend ist. So, der Grenadier kriegt jetzt nur eine verlassen. Da muss ich nämlich ein bisschen aufpassen. Warum macht denn mein Würm nix? Oh, Käpt'n Flammenwerfer ist wieder zurück. Gefährlich ist der Grenadier. Ich bin da mal von einem gekillt worden. Oh, das war unromantisch. Das sage ich euch. Ach, da steht auch noch der mit dem Flammenwerfer. Sekunde mal. Warum mache ich dann dem keinen Schaden? Was ist denn das für ein Hyopai? Gut, weggerotzt habe ich ihn trotzdem. Letztendlich steht da hinten noch ein Ruki rum. Also der Stand. Hier ist gefährliche Musik. Was ist denn eigentlich mit meinem Würm? Was hat der denn? Warum klemmt denn der da wieder fest? Ah, da liegt eine Sphäre. Die müssten wir vielleicht einsammeln. Das ist immerhin eine Megasphäre. Wie sieht es denn mit Ribbunnys aus? Hatte ich die schon? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt mit meinem Feuervogel anschieße, dass die gleich tot sind. Nee, geht. Der hält sogar zwei aus. Gut. Bleib mal hier. Du Kackstift. Bleib doch hier. Wo willst du denn hin? Ich bereite dich nur auf ein besseres Leben vor. Wenn du dich so rumhampelst, fange ich dich ein. Ja, ja. Ich hoffe, mich zu schießen, du. Los, Hasenfuß. Komm. Hasenfuß ist eingesammelt. Weiter geht's. Wo geht's denn jetzt hin hier? Ah, da gibt's Feng Lope. Wo ist ein Feng Lope? Zeig mal Feng Lope. Wo wird ein Feng Lope wohl sein? Ist das was, was frei rumläuft, oder muss ich zu Feng Lope rein? Ah, Feng Lope könnte da unten rumstehen. Ich glaube, ich war... War ich schon mal bei Feng Lope? Nee, ich habe da Feng Lope oder hier irgendwas bekommen. Da kann ich mich irgendwie vage dran erinnern. Ich gehe mal davon aus, Feng Lope macht irgendwo hier rum. Aber da sind auch Relaxosauruses. Die sammeln wir vielleicht dann auch mal ein gerade. Und schon hier sind. Ich lade schon mal nach. Ja, ich lande auch mal mit meinem... Mit meinem Vogel hier in der Nähe. Hi, Relaxorus. Wie sieht's denn aus? Bist du gut drauf? Nee? Au, die sind gar nicht gut drauf. Die Jungs sind eher sauer jetzt. Na gut. Ich kann's verstehen. Ich hab euch angeschossen. Ja, mein Würm ist ziemlich tot. Ich weiß. Der hat bestimmt doch schon wieder mächtig Knast, der Junge. Ah, der hat mächtig... mächtig Hunger. Ich auch. Ich hab zwei gefangen. Ich hab jetzt neun. Äh, neun. Ja, fünf. Ist ja fast neun. Ah, Danger. Ich weiß. Danger wird für Feng Lope ein echtes Problem. Oh, Brot. Für die Pals. Äh, Feng Lope? Oh, ich bin an Feng Lope schon vorbei? Moment mal. Hä? Da war auch ein Wegpunkt, ne? Ja. Gut. Dann müssen wir da sowieso gleich nochmal hin. Feng Lope müsste dann hier oben sein. Äh, ich bin ein bisschen verwirrt. Wir sind erstmal noch... Oder vielleicht ist die ja da unten. Da sind erstmal noch ein paar Relaxerusse. Relaxerusse hätte ich vielleicht irgendwie ganz gern. Oh, der ist doch sauer. Sei doch nicht sauer. Oh, ich hab' ich doch noch gar nichts getan. Ich wollte doch nur zu Feng Lope. Sei nicht sauer. Digi. Nein, nicht wütend sein. Verauf auf mich zu schießen. Au. Mein Gott, Mann. Die einen Stress, ey. Kannst du dir ja geil ausdenken. Äh, ich mach mal meinen Angriffswert ein bisschen höher. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist sinnvoll. Aber auch nur vom Gefühl. Weiß nicht, dass ich's weiß. Wo ist jetzt Feng Lope? Ich guck mal. Moment, Feng Lope müsste nach Adam Riese müsste Feng Lope da oben sein. Ah, hier auf der freien Fläche soll eigentlich Feng Lope sein. Mhm. Ich seh hier keine Feng Lope. Ich seh hier Level 13er Lammenbälle und wilde Rookies. Aber keine Feng Lope. Aber das ist der Platz, wo Feng Lope sein soll. Vielleicht ist Feng Lope Nachttio. Mal weiß ich ja auch nicht. Ich red' wahrscheinlich wieder nur nur dünnsch ist. Vielleicht läuft die ja irgendwo hier rum, so wie der ganz am Anfang. Der hat ja auch ein etwas größeres Einzugsgebiet. Theoretisch. Und warum sehen denn die Bäume jetzt auf die Distanz so scheiße aus? Was ist denn da passiert, Alter? Liegt das an mir? Nein. Ich denke nicht. Vielleicht machen wir das mal hier. Machen wir das mal so. Oh, was weiß ich denn? Ja, wird alles nach dem Neustart. Ja, im Himmel sieht das grässlich aus. Wer ist jetzt mit Feng Lope, Leute? Feng Lope? Ist hier irgendwas? Feng Lope? Ah, eine Kiste. Ja, das ist ja schon mal was. Ich seh hier eine Feng Lope. Das ist schade. Aber dann können wir ja vielleicht mal zu dem Wegpunkt fliegen. Das wäre ja... Dann könnte man schneller bei... Das mit den Bäumen ist wirklich ein kleines bisschen grässlich. Zeig mal. Ist das da unten zufällig? Oh ne, der Wegpunkt ist da drüben. Ah, okay. Wir landen jetzt hier so ganz elegant. Was haben wir hier? Haben wir da irgendwas? Ich hab keine Ausdauer. Das ist gut. In dem Fall eher nicht so gut, aber... Oder vielleicht sehen die Bäume einfach auch so scheiße aus. Vielleicht ist genau das der Sinn. Ah ja. Okay, die sehen halt ein bisschen komisch aus, die Dinger. Zeige mal. Was ist denn da? Da ist erstmal ein Dungeon. Das erspare ich euch jetzt aber vielleicht. Was ist denn da hinten? Eisen bestimmt. Gibt es hier irgendwelche Pals, die man fangen könnte? Oder ist hier palfreie Zone? Es zieht irgendwie... Ah. Hasen. Na toll. Was soll ich denn mit so einem Karnickel, Alter? Ah, hier eine Kiste. Könnt ihr mir das mal irgendwas präsentieren, was irgendwie nach was sinnvollem aussieht? Dann kommt ihr mir hier mit so Hasen an. Ich drücke immer den falschen Knopf, wenn ich die Sphäre wechseln will. Das ist übrigens auch ganz, ganz, ganz hochspannend. Ja. Ach, ihr seid jetzt... Jetzt seid ihr alle sauer, oder was? Ist ja... Ist ja ein Witz, oder? Ja, warte mal. Die schicke ich mal in die Sphäre. Ach, dass ich ständig nachladen muss. Das ist irgendwie so eine leicht nervige... So. Da oben scheint wieder irgendein Wildererlager zu sein. Oh, das ist... Warum kommst du denn da raus? Meine Güte. Ah, ich weiß, wofür ich das Fließband brauchte. Für mein neues Giga-Schild. Was haben wir da? Alter, da liegt ein unter... Da steht ein unter Drücker im Lager. Nee, da will ich jetzt nicht. Da hab ich keinen Bock drauf. Nur für so ein... Was ist denn hier? Phase. Okay, das da ist mir neu. Ich sollte vielleicht mal kurz gucken, ob wir hier irgendwie ein Schaf finden. Warte mal, da läuft ein laufender Schaf. Oh, ihr opfert euch nicht so... Das ist ja traurig. Ich würde aber gern, dass ihr euch opfert. Fürs höhere Wohl. Ist keine Absicht. Wirklich. Ist, ähm... Aber mein Würmer hat Hunger. Inklusive des Besitzers. Nun, ich kann ja auch nicht immer... Mein ganzes Futter abgeben. Zeige mal. Oh, da drüben geht's noch weiter. Das ist interessant. Das ist aber Eiswild. Oder? Nee. Nee, das sieht schon, wird da irgendwie vertrocknet aus. Ach. Hör mir auf. Wir gehen da mal ganz kurz gucken. Ja, ich hab keinen Ausdauer. Ich kann nicht... Ich kann nicht fliegen. Läuft hier was rum? Wir gucken mal ganz kurz. Und dann... Ja, da drüben. Da gehen wir jetzt... Da drüben ist was auf dem Hügel. Da gehen wir jetzt hin. Da muss es ja dann auch irgendwo Wegpunkte geben. Die sammeln wir ein. Da ist ein Ei. Und eine Löwenmangstatue. Hier sind sogar noch zwei davon. Drei. Es scheint ein paar davon zu geben. Bebebebe. Ein heißes Ei. Und eine Statue. Gut, ich bin wieder mal abgestiegen von meinem Vogel. Das ist auch total clever. Da unten steht eine Kiste. Die lasse ich jetzt aber mal ganz kurz da stehen. Ich gucke mir da oben das Ei und gehe mal gucken, was hier so los ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das hier schon mal gesehen habe. Alles klar. Eingesammelt. Hier ein Wegpunkt 200 Meter in die Richtung. Das kriege ich hin. Ist hier irgendwas? Hier ist gar nichts, ne? Hm. Okay, es ändert sich das Farbspektrum mal wieder. Und da sind... Das ist eine komische Statuette. Gut, ich bin abgestürzt. Und das ist ein Traum. Da ist der Wegpunkt. Das ist schon mal... Das ist schon mal ein toller Ansatz. Kann ich ganz kurz hier oben hin? Da gibt es das... Achso, ich wollte ja den Wegpunkt holen. Das war aber doch total verpeilt. Ich hätte das jetzt wieder vergessen. So, die Schnellreise ist safe. Was gibt es dann hier so für ein Kram? Irgendwie nix, ne? Oh doch, hier ist was. Capesie... Capesie... Ignis. Komm her, auf Capesie Ignis... Ja, auf Capesie Ignis mit Ignis schießen ist vielleicht nicht ganz so clever. Oh, die waren aber Schaden, Alter. Die waren aber... Die waren aber Bums. Die Jungs. Oh ja. Ich muss mal ganz kurz... Ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine... Ich müsste... Ich sterbe. Ja. Ja, ja, ja. Das, ähm... Das, das war, ähm... Das war vielleicht ein kleines bisschen dumm. Nur vielleicht. Hatte was mit, äh... Das hatte jetzt was mit der, mit der Sache und der, der Hitze zu tun. Ich glaube, das, ähm, darf ich halt vielleicht nicht mit der Rüstung. Das ist vielleicht eine ganz grundsätzlich schlechte Idee. Aber ich werde jetzt mein Leichnam da einsammeln und werde vielleicht eine andere Rüstung anziehen. Alles. Hat er jetzt die richtige an? Ich glaube schon. Untertitelung des ZDF, 2020